Hä? YOLO Hm? Es hat einfach niemals eine Bar geendert YOLO Wires off? Ich glaub das ist nur encadet Guck mal wir haben noch einen Avatar mehr auf dem Map hier Hm Batteries Nice I'm loading Nice Nice Tim wenn jetzt nicht gleich mindestens auf neun Leuten Poisoner ist rast dich übel aus Und beide Foodmen 27 Was sagst du? Ich hab gesagt wenn du nicht gleich auf mindestens neun Leuten Poisoner hast rast dich übel aus Ja ich hab immer auf dem Foodmenon aus Ja eben Wollen wir den Repair Kit? Ja Chris tappt auch Tim tappt auch auf den Archer in der Base Ich hab keinen Tapp ich mach's mit der Maus Nix machen wir und läuft da einfach hin dann In der Base So tagt den einmal scheiße an Und dann zurück Was für Droll Kein Ideum Da wir laufen auf dem Link Warum laufen wir keine Dribble Black? Weil wir cool sind Und wir haben Paragon Und wir haben Elangy Wir töten sie einfach Walter ich glaub der bottet Der Mesma hatte glaub ich Glypfe für Renewal wieder Ja Mir auch ziemlich egal eigentlich Der was was wir heute gerne dropen wollen Ja Bootstrike drop Das ist Luni oder? Nein das ist nicht Luni Nee weil der steht Luni Hier geht bei Position 3, 2, 1 Okay Passt Aussearch 2 3, 2, 1 Ich glaub Tim soll es splitten Ich glaub Tim soll es splitten oder? Ich glaub Tim soll es splitten oder? Ich glaub Tim soll es splitten oder? Wir machen Ja die haben Lightning Bargets bei KIA Strip in 5, 4, 3, 2, 1 Aber der hat UKD Dervish Elite Er lässt Tim splitten oder? Der kriegt ja keinen Poison noch Warum? Wegen Flashboot Weil die Slashboot bot haben Das ist echt Alter ich hab meinen Poison weniger als eine halbe Sekunde Ris scenario Geh einfach back Hoey Geh einfach einfach einen splitten Ich hab mich bereits zu spliyorum Da ist rein dann Licht geschatten Ichmagn, ich spiele den Ich lebe einen Melee Er wird bestベ Ray Der is Ooooh Vaters fuck you Mach 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 däm гром Ich nerv' den port grad der ist immer noch in sein tut 3, 2, 1, AD by Dervish. 3, 2, 1, AD by Dervish. I'm lagging. He's gonna need a panic. He might need a monster. I can come help you on split stat. If I need to. They're sending a monk just lately. He's probably got a snare, so... Fruity in, Fruity in. Yeah, I get AD my vision. Dervish coming too. Yeah, they're sending a lot. Hello. Oh, that's not getting snared. Oh yeah, he's got a snare. The pot... It's not getting really too good. Why was he hitting through the sands, though? Hey, we haven't planned to take him. Pull back. I'm gonna stay. I'm lagging, man. Do we have to pull back? Otherwise I'm gonna run and repack it. Shame. He's your guardian ball. They don't have any damage. Yeah, and? They don't have any damage. Verticue hacks. Yeah. I'm lagging. I don't know. I don't know where he is. 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 Okay, let's get out. I can't come. I don't know where he is. I don't know where he is. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm alright. I'm alright. I'm alright. Okay, can we push up? Can we push up? I think there will be no backup if you are there. Three, two, one. That's how boring. We could do it. Yeah, we could do it. Yeah, we could do it. Yeah, yeah, you can do it. You gotta get fucking flash wound, bot. The Mesmer is back. Okay, passed. Yeah, that's what we said at the time. Yeah, 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 yeah. Nice. Easy. Easy. No, I'll hit this way. Two, one. Okay. Okay, if you hit the bolts. The bot is resing. I mean, that's the hinge. I hope I don't know what the bot is saying. Yeah, that was scary. Diversioning coming. Nice cancel. Do you shoot me? If they could do the Lord Pitch and load. Oh, get the Cater right now, get the Cater right now. I'm on it. Okay, you're good. Shoot, 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 shoot. I'm near. Mario, you should go. Mario, careful. Diversion coming. Yeah. Is bot on point. Alright, four, three, two, one. Nice. We're out of targets right here. Can I have a condition or a hex or something? Three, two, one. Okay, I can't beat him. Ah, fuck. Yeah, Tim's poison, we have to know what we really count. Mm-mm. Fine, Kalfop. Three, two, one. Four, three, two, one burst. Broad KD. Broad KD again. Eponning here, damage. Kalfop in the air. Five, four, three, two, one. You should burst, number seven, two. We got both burst. Alter, let's see if he goes through from the Cater. No, that failed. He was killed. He was killed. He was killed. He was killed. Yeah, yeah. Low target here. Three, two, one. Fine, okay. There was everything out. Alter, I believe I got his bullet strike bot. Cool. He had three too many burst. Three, two, one. One. Low target here, three, two, one. No, 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 no. Three, two, one. Catapult in the air. Yeah, Catapult in the air, you're gonna kill seven. Yeah, Catapult in the air. Yeah, Catapult in the air, you're gonna kill seven. Oh, man. Oh, man. Oh, man. The one's almost dead, anything? Man cast. Can you scrim after? Oh, man. Sure. Wibbunt kommt. In Luzi. Oh, man. Achter, die schießen, aber das war Luzi vieler der Händchen, ja. Äh, Cripple 10. Oh, fuck. Fick mess. Good job. Damn, the Knights look great. Hey, guck mal, noch mehr Wander. Warum würden sie einen f***igen Paragon-Bot nehmen und einfach rausnehmen? Weil wir in Ranger-Necro Alley spielen Kontert Die Killing immer einen guten Mannhard